Das hier ist ein Gorilla, einer der engsten Verwandten des Menschen im Tierreich. Wusstest du, dass Gorillas die größten lebendigen Primaten sind? Männchen können bis zu 150 Kilo wiegen und über 1,50 Meter groß werden, wenn sie auf zwei Beinen stehen. Gorillas sind für ihre unglaubliche Stärke bekannt und können das bis zu 10-fach- Eine faszinierende Tatsache über Gorillas ist, dass sie wie Menschen einzigartige Nasenabdrücke haben. Das bedeutet, dass Forscher Nasenabdrücke verwenden können, um individuelle Gorillas in freier Wildbahn zu identifizieren. Gorillas sind intelligente Tiere und wurden dabei beobachtet, Werkzeuge wie Stöcke zu benutzen, um zum Beispiel die Wassertiefe zu testen oder sie als Waffe gegen Raubtiere zu benutzen. Gorillas haben ein komplexes Kommunikationssystem, das über 20 verschiedene Lautäußerungen umfasst, ebenso wie Mimik und Gestik. Generell sind Gorillas sehr friedliche Tiere, die nur dann zu bedrohen werden, wenn man sie provoziert oder sie sich bedroht fühlt.